Stefan Sloth steht hier, der Trainer der Sportfreunde Gellendorf, gerade zweimal geführt gegen Grünweiß-Reine und trotzdem 3 zu 2 verloren. Was war los da? Was soll man dazu sagen? Ich glaube, wir hatten das Spiel recht gut im Griff. Durch zwei individuelle Fehler gleich Grünweiß jedes Mal aus. Natürlich sind wir auch angeschaut. Da ist gerade ein Tor gefallen. Eine Situation war sehr strittig vom Schiedsrichter her. Er wird angeschossen. Der Ball geht in die andere Richtung. Somit eröffnet Grünweiß im freien Raum für das 1 zu 1. Da frage ich mich, wo die Regeln da sind. Normalerweise sind es nicht insgesamt angeschossen. Das ist für die ballbesitzende Mannschaft. Nichtsdestotrotz haben wir, ich sag mal, nicht mutig genug gespielt. Die ersten Spiele, wie man weiß, sind immer schwer. Von daher müssen wir jetzt gleich punkten gegen Haunos und den FCE. Ja, das wird richtig schwer. Haunos und FCE noch in der Gruppe. Da müsst ihr jetzt ein Brett bohren. Ja, vor allem Haunos hat gerade ein richtig starkes Spiel gegen den FCE gemacht. Bei FCE weiß man, das erste Spiel bei denen ist immer so eine Generalprobe. Danach liefern die einfach ab. Und ich glaube, dass die jungen Dachse da einfach ein bisschen mutiger werden müssen. So wie unsere auch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf jeden Fall gleich nicht klein beigeben werden. Ja, ihr habt gerade gegen Grün-Weiß, also Grün-Weiß hat mit zwei Spielern gespielt, die in der nächsten Saison für euch spielen. Insgesamt habt ihr drei Neuzugänge von Grün-Weiß. Hat das irgendwie die besonders heiß gemacht. Was glaubst du? Ich denke mal, eine extra Portion Motivation bringt das schon mit sich. Aber im Endeffekt, wenn man auf dem Platz steht, wenn man auf dem Platz steht, will man auch gewinnen. Alles andere ist eine Farce. Und diese Einstellung muss man in den Tag legen. Und dass das drei Güte sind, hat man dann gerade gesehen. Alles klar. Besten Dank und viel Erfolg euch noch ein bisschen.